Hallo zusammen, ich bin Torjana. Ich liebe mit meinen Kunden zusammenzuarbeiten, um uns natürlich den Kopf aus den Fuss schön zu machen und zu pflegen. Den ich Abwechslung gerne habe, könntest du nicht mit überall im Salon. Ob es für den Haarschlubb ist, Bartrossen, Manikübe oder Fussbräck, bin ich gerne für dich da. Bis zum nächsten Mal.